Das iPhone hat eine tolle Kamera und ist für Videoaufnahmen ideal. Es kommt nur auf die richtigen Einstellungen an. Bei dem iOS Betriebssystem lassen sich die grundlegenden Einstellungen für die Aufnahme von Videos in den Systemeinstellungen unter Kamera vornehmen. Die maximale Kompatibilität bei Videos ergibt sich durch den Codec H.264. Die Videogröße Full HD ist sehr verbreitet und die Bildrate von 30 Frames pro Sekunde ausreichend. Ein eingeblendetes Raster hilft bei der Bildkomposition und beim Ausrichten der Kamera.